hallo jetzt sind wir wieder allseits bekannt manos die hand freut sich ja ich will so warum wir haben letzte mal noch mit einem schmied gesprochen der hat uns kalamit vom himmel geholt wird aber doch gerne lieber erstmal zum manus gehen weil ich weiß auch nicht was der so alles drauf hat wir sehen mal ob man vielleicht die gelegenheit habe ach den kleinen siff zu rufen intro intro ah wie schön ein paar screenshots noch fehlt mir doch was ja das ist das ist aber nachher ich will es dann nicht machten wir das auch gut brutales vier da muss man flink soll aber dann das ist manos der abgrund schreiter was macht er aber das war jetzt nicht so besonders weg aber da der heute aber was rufen sollst du was trinken bevor auf die hand hauen aber steig auf genau habe ich eigentlich genug so kann man draufhauen ach so war das wieder wenn er joe albert joe das macht gut albert ja klasse albert wow jetzt aber weg albert jetzt aus dem licht raus trinkt was ja scheiße albert wie soll man das wieder holen ja super albert das war nix das wirst du so gut angefangen ja ja gut du musst den silber aufhängen ab schneller ausrösten aber dort nicht so braucht du warst du langsam so da würde ich sagen kommen machen wir einen kurzen schnitt mehr gehen noch mal nun hallo zusammen da sind wir wieder jawohl wir stehen vor der großen finsternis des mannus das machen wir da versuchen dann halt irgendwann muss das immer klappen also irgendwann müssen wir das immer haus haben wir schauen uns das jetzt mal in aller haus haben wir gehen jetzt mal in aller nicht schon wie das intro halt echt kein schild paul so an haus ach das ist ja eine scheiße trink was paul na paul sag ich albert So, jetzt müsst ihr was öffnen, wenn ihr mitgebracht habt. Achso, da können wir gehen. Weg. Jetzt nehmen wir den Weg gleich. Und drauf nochmal, bitte. Das war nicht gut, ich weiß aber auch warum, du hörst es kaum noch Ausdauer. Noch einer bitte, noch einer Paul, ja Albert, genau, Albert. Mein lieber Mann, ja und da waren wir jetzt zehnmal hin, das hätten wir gleich so haben können, ja das ist nicht so einfach. Manchmal muss man volles Risiko gehen. So, jetzt trinken wir noch einen Schlüssel. Oh, ich habe Schweißnose Hände jetzt schon wieder. Und du Albert, du auch. So, dann machen wir noch ganz kurz ein Gespräch mit. Erst machen wir das Feuerler auch, ja. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir noch einmal zum Großen Pilz. und ich würde sagen, Albert Wink. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.